guten tag an alle leute da draußen herzlichen willkommen auf meinem kanal und auf mein neues erstes video und heute gibt es ein vorstellungs video weil es mein erstes video und ich werde mich euch vorstellen alle meine infos youtube und so alles geben und ja lasst gerne ein like und ein abo da für mehr weitere videos und fangen wir direkt mit dem video mal an mein name ist ölma und mein nachname ist abdullah ich bin erst elf jahre alt und bin am 15 7 2008 geboren ich wohne in deutschland koblenz 56070 und gehe in die clemens brentano der schule plus in die sechste klasse mein hobby ist sachen schmücken oder dekorieren oder videos und bilder posten und ja mein beruf ist schauspieler ich werde bald in serien und filmen mit machen zettel und so alles habe ich schon bekommen und so ja das war es mit meinen vorstellungs falls ich irgendwas informationen über mich vergessen habe findet ihr noch mal alle in der beschreibung liest das gerne und jetzt kommen wir zu den youtube infos und zwar der youtube infos ist ja mein kanal sein name ölma abdullah und das video werde ich am freitag 15.05.2020 posten ja jeden montag und jeden freitag wird ein neues video auf diesem kanal kommen also bedeutet jede woche zweimal ja montag bestimmt um 13 uhr oder 15 uhr oder 19 uhr das gleiche gilt auch bei freitag 13 uhr oder 15 uhr oder 19 uhr und ich werde nach diesem video nicht videos posten bis zum ersten juni da ist montag und da werde ich ein video posten bis dahin könnt ihr das video alle schon gut schauen und jeder kann mich kennenlernen abonniert gerne meinen kanal und aktiviert die glocke um keine geilen videos zu verpassen ja auf diesen kanal kommen unterhaltungs videos challenge videos hier ist das schon lange videos horror videos bestimmt lustige videos und ja idioten test videos alle was ihr möchtet schreibt gerne in die kommentare oder falls es wieder kommentare deaktiviert sind dann schreibt mir gerne auf instagram immer auf dubla official ja weil youtube sperrt meine kommentare beziehungsweise deaktiviert meine kommentare ich weiß nicht warum und so ja falls ich einen großigen video poste dann ist es bestimmt fähig beziehungsweise unecht wenn es aber nicht unecht ist dann sage ich es schon euch bescheid ja ihr klickt einfach nur und in der beschreibung scrollt ganz unten und da steht immer unterhaltung oder unecht video dieses videos nur gespielt oder so ja das findet ihr wenn es dann nicht dann ist es halt original aber ich glaube nicht dass es originale videos rauskommen werden von gruseligen ja kommen wir aber jetzt mal zu einer story warum ich mit kalim aufgehört habe weil auf diesem youtube kanal auf tiktok auf instagram überall habe ich mich als kalim genannt und warum ich jetzt damit aufgehört habe kommt ein story darüber und zwar habe ich zwei namen und zwar einmal oma und kalim ja meine mutter als mich geboren hat hat mich als oma genannt und meine mutter sein onkel hat mich als kalim genannt das passt perfekt zu meinem gesicht hatte gesagt weil im geboren sah das so aus und als mein onkel einmal also nicht meine mutter sein onkel vor mir gestorben ist also vor mir vom rollstuhl runter gefallen ist tat es mir so leid dass ich mich auf internet als kalim genannt habe und draußen so schule boxen irgendwas anmelden dann nenne ich mich halt oma ja aber warum ich jetzt aufgehört habe meine mutter sein onkel und meine mutter alle meine familie fast alle meine familie haben seit sehr vielen jahren etwas schlimmeres von mir versteckt und jetzt bin ich richtig sauer immer noch auf meine mutter sein onkel und dann dachte ich nee dann höre ich lieber auch nicht weil er das gemacht hat ich will jetzt euch nicht sagen was er gemacht hat aber ich sage schon euch wenn es die zeit kommt und ja jetzt kommen wir aber mal zur tik tok infos und zwar heiße ich auf tik tok unterstrich oma abdullah und werde am ersten juni bzw am ersten sechsten mit tik tok anfangen auf tik tok videos werden nur jeden monat fünf videos rauskommen ja jeden monat fünf videos und ja jetzt kommen wir aber mal zum instagram und zwar heiße ich auf instagram oma abdullah official und da steht alles noch mal schauspieler video creator tik tok youtuber und da ist noch ein link zu meinem youtube kanal wenn ihr da drauf klickt dann könnt ihr zu meinem youtube kanal kommen und ja was da an wann oder so egal weiß ich nicht wann da videos und bilder rauskommen ich poste einfach nur wann ich lust habe da gibt es keine bestimmte ozeit oder datum und ja aber regelmäßig poste ich was zu meinen story könnt ihr schauen und ja mit instagram habe ich schon längst als youtube und auf tik tok angefangen ja dankeschön für die 100 abonnenten auf tik tok und auf instagram aber vielleicht schaffen wir auch auf youtube weil wir haben erst hier 85 oder 84 abonnenten schaffen wir die 100 abonnenten da gibt es was krasses von mir an euch und ja das war es auch mein vorstellungsvideo ich hoffe die ganze infos hat euch gereicht wenn nicht dann könnt ihr unter meinem video die beschreibung noch mal angucken da steht wieder alle infos bei youtube und meine freundin familie über alles steht da und ja da steht noch mal wann neues videos rauskommen instagram und welche uhrzeit und so ja schreibt gerne auf instagram oder in die kommentare falls youtube meine kommentare manchmal nicht deaktiviert paar videos ideen oder paar fragen die beantworte ich gerne entweder in einem video oder in den kommentaren und ja folgt mir gerne auf tik tok unterstrich oma abdullah und auf instagram oma abdullah official ich würde sagen wir sehen uns am ersten juni da geht es weiter ciao ciao